Wald bei Hambacher Schloss brennt. Im rheinland-pfälzischen Neustadt ist ein Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpft im Großeinsatz gegen die Flammen. Im Pfälzerwald in der Nähe des Hambacher Schlosses ist ein Feuer ausgebrochen. Die Stadt Neustadt ruft dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden und Straßen freizuhalten, um den Einsatzkräften den raschen Weg zur Einsatzstelle freizumachen. Der SWR hatte zuerst darüber berichtet. Betroffen ist der südliche Hang unter dem Schloss, so der SWR. Gegen 15 Uhr seien die Einsatzkräfte alarmiert worden. Inzwischen sind den Informationen zufolge rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Feuerwehrsprecher vor Ort sagte, dass die Einsatzkräfte seine Einschätzung nach die Flammen mittlerweile bereits zurückdrängen konnten. Das Hambacher Schloss ist ein bedeutendes touristisches Ziel in Rheinland-Pfalz. Es befindet sich im Stadtgebiet von Neustadt an der Weinstraße in der Metropolregion Rhein-Neckar. Rheinland-Pfalz. Vielen Dank.